Ernst D., der Fromme entstammte dem Weimarer Zweig, der Ernestinischen Bettiner und war seit 1640 Herzog von Sachsen-Gotha. Durch das Anheimfallen eines beträchtlichen Teils des Herzogtums Sachsen-Altenburg begründete er 1672 Dekasekunden Haus Sachsen-Gotha-Altenburg. Leben Herzog Ernst D. war der neunte Sohn von Herzog Johann III. von Sachsen-Weimar und dessen Ehefrau Dorothea Maria von Anhalt. Seine Brüder waren Johann Ernst D. J. von Sachsen-Weimar, Friedrich von Sachsen-Weimar, Wilhelm IV. von Sachsen-Weimar, Albrecht von Sachsen-Eisenach, Johann Friedrich von Sachsen-Weimar und Bernhard von Sachsen-Weimar. Gleich seinen Brüdern erhielt auch Herzog Ernst D. seine Erziehung durch den Hofmarschall Kaspar von Teutleben und Hofrat Friedrich Hortleder. Durch Fürst Ludwig I. von Anhalt Köthen wurde Herzog Ernst D. 1619 in die fruchtbringende Gesellschaft aufgenommen. Er verlieh diesen, den Gesellschaftsnamen der Bittersüße und die Devise auf beide Recht. Als Emblem wurde ihm eine jüdische mit ihrem Häuslein aufgesend zugedacht. Im Köthener Gesellschaftsbuch der fruchtbringenden Gesellschaft findet sich der Eintrag Herzog Ernstes unter der Nummer 19. Wie fast alle seiner Brüder diente Herzog Ernst während des Dreißigjährigen Krieges als Oberst in der schwedischen Armee. Am 24. Oktober 1636 heiratete er Prinzessin Elisabeth Sophia von Sachsen-Altenburg. 1640 einigten sich die Brüder Wilhelm IV., Albrecht und Ernst auf die Teilung des Herzogtums Sachsen-Weimar. Aus dieser Erbteilung entstanden neben dem verkleinerten Sachsen-Weimar nun die neuen Herzogtümer Sachsen-Eisenach und Sachsen-Gotha. Letzteres fiel an Herzog Ernst D., der es bis zu seinem Tod regierte und zum Stammvater der endestinischen Linie Sachsen-Gotha wurde. Da es bei seinem Regierungsantritt in Gotha keine standesgemäße Residenz gab, begann Ernst 1643 mit dem Neubau des Schlosses Friedenstein. Es handelt sich dabei um einen der größten Schlossneubauten Deutschlands zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. In seiner Residenz Gotha errichtete er 1650 eine neue Münzstätte für sein Herzogtum Sachsen-Gotha. Der Standort der Münze befand sich in Räumen des Westflügels des Residenzschlosses Friedenstein. 1672 gelang es ihm, die Nachfolge Friedrich Wilhelms III. von Sachsen-Altenburg anzutreten und drei Viertel von dessen Besitz zu erben. Durch diese Erbschaft, wie auch beispielsweise durch den Zufall der Hälfte des Herzogtums Sachsen-Eisenach 1645 und andere Erwerbungen, konnte Ernst die sein Territorium erheblich vergrößern, ernst erscheint als ein Herrscher des Übergangs. Sein politisches Denken wurzelte in den traditionellen Vorstellungen vom Fürsten als landesväterlicher Obrigkeit, weshalb sich seine Herrschaftspraxis durch einen starken patriarchalischen Zug auszeichnete. Er hielt Abstand zu Politik, theoretischen Lehren vom Primat des Machtkalküls, Religion und Kirche blieben wichtige Stützen für seine Politik, die auch noch in zeitlichen Heilserwartungen verpflichtet war. Zugleich aber brach sich im Fürstenstaat Ernstes des Frommen ein striktes Verwaltungsdenken Bahn, das auf nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ausgriff. Eine rastlose Reformtätigkeit bestimmte die Gotha-Territorialpolitik, die dabei auf vielen Feldern Neuland betrat. Als früher Verfechter eines absolutistischen Staatsdenkens kann Ernst der Fromme dennoch kaum gelten. Dagegen sprechen sowohl der konsensbetonte Umgang mit den Landständen sowie die auf eine Teilung des mühsam arrondierten Fürstenstaats zulaufende Erbfolgeregelung Ernstes, der eine primogene Tour-Regelung bei seiner Nachfolge ablehnte, Herzog Ernst die und sein Fürstentum waren das Vorbild für den treutschen Fürstenstaat von Veit Ludwig von Seckendorf. Er versuchte, durch umfassende Reklementierungen einen positiven Einfluss auf Sittlichkeit, Bildung und Wohlstand der Bürger zu nehmen. Unter Ernst die initiierte Sigismund Ewenius das Weimarer Bibelwerk. Er lud den äthiopischen Theologen Abba Gregorius an seinen Hof ein und förderte die Anfänge der Äthiopistik, die in Gotha von Hiob Ludolf begründet wurde. Ernst der Fromme war ein bedeutender Herrscher seiner Zeit, der durch umfassende Reformen die Schäden des Krieges zu beheben suchte. Neben der Elitenförderung mit Gründung des Gotha-Gymnasiums erfolgte die Förderung auch der allgemeinen Grundbildung durch den Schulmetodus. Der als erste eigenständige und unabhängig von der Kirche verfasste Schulordnung das Elementarschulwesen institutionalisierte. Es folgten die Einführung der Schulpflicht für 5- bis 12-Jährige, die Einrichtung eines Waisenhauses, die Reorganisation des Justizwesens. Die staatliche Aufsicht des Gesundheitswesens, all diese zum Teil zukunftweisenden Maßnahmen gehen auf herzogernsthi.czk. Am Gymnasium lernten Schüler aus Ungarn, Schlesien, Polen, Russland und Skandinavien, die alle willkommen waren, meist Söhne verfolgter Lutheraner, denen der Herzog im Gotha Asyl bot. Der Herzog ließ in einer eigenen Schuldruckerei neue, epochmachende Lehrbücher drucken und förderte ihre Übersetzung in die italienische und französische Sprache. Für die lutherische Gemeinde in Moskau finanzierte er eine Freischule, die auch den Söhnen der nichtchristlichen Völker des Russischen Reiches offenstand. Eine Gesandtschaft des Zaren wurde prächtig empfangen und mit guten Ratschlägen überhäuft. Ernst bot die Hilfe deutscher Mathematiker für die Vermessung Russlands an, aber auch Wissenschaftler und Fachleute der verschiedensten Disziplinen als Entwicklungshelfer. Die erfolgreiche Reformtätigkeit fand weitreichende Anerkennung. So ließ sich der englische Lord Protector Oliver Cromwell 1656 über die Tätigkeit des Herzogs, den er in eine Reihe mit den großen Regenten seiner Zeit stellte, unterrichten, sonstiges. Herzog Ernst wurde 1675 als erstes Mitglied des Hauses Sachsen-Gotha-Altenburg im Gewölbe unter dem Altarraum der Stadtkirche Sankt Margareten auf dem Neumarkt beigesetzt. 1728 wurde bei der barocken Umgestaltung des Gotteshauses vom Gotha-Ratsbaumeister Biedermann das heute an der Nordwand zu sehende Epitaph für ihn und seine Gemahlin angefertigt. Am 4. September 1904 wurde auf dem Platz vor der Nordseite des Schlosses Friedenstein das überlebensgroße Brosse-Denkmal für Ernst den Frommen eingeweiht. Die vom Berliner Bildhauer Kaspar Finkenberger geschaffene Plastik zeigt den Fürsten in eiserner Rüstung und aufrechter Haltung mit einer Bibel in den Händen, von seinem weiten Mantel teilweise verdeckt wird ein Helm zu seinen Füßen, der ebenso wie die Rüstung auf die Rolle Ernstes als Oberst im Dreißigjährigen Krieg verweist. Nach dem Fürsten wurde das Herzog-Ernst-Seminar in der Residenzstadt benannt. 1939 setzte Reinhold Schneider Ernst die in seiner Erzählung »Der fromme Herzog« ein literarisches Denkmal. Nachkommen Nach dem Tod des Herzogs wurde Sachsen-Gotha zuerst von seinen sieben Söhnen gemeinsam regiert. Ehe das Fürstentum durch den Erbteilungsvertrag vom 24. Februar 1680 aufgeteilt wurde, Friedrich I. erhielt Sachsen-Gotha Altenburg, Albrecht erhielt Sachsen-Koburg, Bernhard Thiel erhielt Sachsen-Meiningen, Heinrich erhielt Sachsen-Römhild, Christian erhielt Sachsen-Eisenberg, Ernst erhielt Sachsen-Hildburghausen, Johann Ernst erhielt Sachsen-Saalfeld. Von insgesamt 18 Kindern überlebten ihn die oben angeführten sieben Söhne und zwei Töchter Elisabeth Dorothea, verheiratet mit Landgraf Ludwig VI. von Hessen-Darmstadt, Dorothea Maria, Gedenktag, 25. März im evangelischen Namenkalender.